In fünf Minuten soll die Zentralmatura anfangen. Wo sind die Angaben? Wann kommt da wer mit diesen Angaben? Eugen, Professor. Wie soll da die Mathe-Matura? Nein, endlich! Lär damit! Was, was, wie soll denn das da gehen? Na ja, die Dreierführer werden sie schon schaffen. Zirkel, Formel-Left, Taschenrechner und W-E, da wirst du echt mal einen Schummel. Und eine Zeit soll es nicht scheitern. Schachner, für was habe ich die sechs Jahre gehabt, wenn sowieso von dem nichts zur Matura kommt? Ich habe mir gedacht, ich kann spekulieren. Wahnsinn, jetzt haben doch zwei Viere die Matura bestanden. Keine Ahnung, überleben die überhaupt da draußen? Ich habe sie, ich schicke sie auf Weltreise. Around the World Ticket. Hey, möchtest du das sagen? Darfst du gleich die Kinder nicht machen mit den Kurzen? Läuft, dass du Matura triffst, sonst bist du überhaupt dein? Na gut, das Leben ist jetzt, wie ich erwartet habe. Außer vier haben sie bestanden. Wurzer. Jetzt glaubt ihr, das soll nicht. Und übrigens, ich schicke die vier Wahnsinnigen, die die Matura geschafft haben, morgen noch weg. Die fliehen morgen nach Moskau. Könnt ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr die übernehmen? Sicher, ich habe Teilungsvorstand. Das machen wir schon. Hallo, liebe Freunde. Jetzt schauen wir uns in Moskau. Dabber willkommen. Das sind unsere Taxisten. Sie sind Andrei Brachowicz. Sie sind Piotr Ivanovich. Wir schauen uns in Bolschowen Theater. Und dann haben wir ein gutes Pferd mit der Mädchen. Понятно? Понятно? Nein? Nein, nichts. Das kann man sich selber machen. Verstehst du da irgendwas? Aber so lange bleiben wir da nicht. Nein, sicher nicht. Drei. 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 Drei, ich habe mich dabei. Drei. Nein, ich habe das mit. Gipfel, es sei denn, dass die K roof sieht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, come on, let's go. Okay, here is the world famous stock exchange. The Wall Street, you know. On the right, there is the Broadway and the world famous shows. Hurry up, come on, come on. Hey, money. Good? How many dollars have you actually made? You can't pay me with your money. You can't pay me with your money. Look out, what's over there? I'm going with your money. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.